Steigschutz bezeichnet ein Absturzschutzsystem an senkrechten Verkehrswegen. Beispiele hierfür sind Dachzugänge über zum Beispiel Steigleitern, Masten, Schornsteine oder Windenergieanlagen. Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung können hierfür verwendet werden. Diese bestehen entweder aus Stahlseilen oder aus Schienensystemen. Auf diesen Stahlseilen oder diesen Schienensystemen läuft dann ein Gleiter, an dem man seine PSA befestigt. Eine häufige Alternative ist ein durchgängiger Rückenschutz. Ein mitlaufendes Auffanggerät kann aber flexibler eingesetzt werden. Es ist höhenunabhängig. Es bietet ein geringeres Verletzungsrisiko im Sturzfall. Und auch die Rettung ist besser möglich, da der Rückenschutz nicht im Weg ist. Ein mitlaufendes Auffanggerät muss aber unterwiesen werden.